Schon in der Schule lernt man, dass der Planet Venus der nächste Nachbar der Erde ist. Doch das ist wohl alles nur eine Sache der Perspektive. Denn jetzt argumentieren drei Astronomen, das ist falsch. Nicht die Venus ist der Erde am nächsten, sondern der Merkur. Und nicht nur das. Der neuen Computersimulation zufolge ist Merkur außerdem noch allen anderen Planeten des Sonnensystems am nächsten. Wie genau das Forschungsteam auf dieses ziemlich verblüffende Ergebnis kommt und wie wir Merkur als unseren offensichtlich wahren Nachbarn so lange Zeit übersehen konnten? Jetzt bei Clixoom Science & Fiction. Hier gibt's täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen! Wenn man sich bisher darüber schlau macht, wer der erdnächste Planet ist, wird man auf die Venus kommen. Auf ihrer Bahn um die Sonne kreist die Erde zwischen den ellipsenförmigen Bahnen von Venus und Mars. Doch letzterer zirkuliert etwas weiter entfernt von der Sonne als die Venus. Diese kommt der Erde dabei am nächsten und so wird die Venus mit einem Durchmesser von rund 12.100 Kilometern als derjenige Planet bezeichnet, der der Erde von allen Planeten am nächsten kommt. Der minimale Abstand beträgt laut der European Space Agency ESA gelegentlich nur 40 Millionen Kilometer. Beim Mars beträgt die Mindestentfernung demnach 56 Millionen Kilometer. Doch das alles ist wohl reine Definitionssache. Was also ist mit Nähe gemeint? Der Planet, der der Erde ab und an am nächsten kommt? Nein, sagt ein Astronomie-Team in einem aktuellen Aufsatz. Stattdessen sei doch der mittlere Abstand zur Erde entscheidend. Anders ausgedrückt der Planet, der uns in der meisten Zeit am nächsten ist. Und schon hat die Erde einen neuen Nachbarn, den Merkur nämlich. Eine irre Vorstellung. Schließlich gilt der Merkur als der kleinste und innerste Planet unseres Sonnensystems. Der Zwerg hat lediglich einen Durchmesser von 4878 Kilometern, dabei allerdings eine immense Masse von unvollstellbaren 330 Trillionen Tonnen. Merkur hat eine geringe Schwerkraft und seine Oberfläche wird auf bis zu 430 Grad Celsius aufgeheizt. Hier würde sogar Blei schmelzen. Doch nach den Berechnungen des Forschungsteams befinden sich nicht nur die Venus, sondern auch der Mars weiter von der Erde entfernt als der Merkur zumindest die meiste Zeit. Demnach beträgt der durchschnittliche Abstand der Venus zur Erde nämlich ganze 170 Millionen Kilometer. Gut 150 Millionen Kilometer dagegen ist der durchschnittliche Abstand des Merkur zu uns. Denn auch wenn die Venus uns ab und an auf etwa 40 Millionen Kilometer nahe kommt, befindet sie sich den Großteil der Zeit auf der anderen Seite der Sonne. Und das Forschungsteam klärt in seinem aktuellen Aufsatz noch mehr. Mit Hilfe von Computersimulationen haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch die tatsächlichen Positionen aller anderen Planeten in den vergangenen 10.000 Jahren analysiert. Bei dieser Berechnung kam heraus, dass der Merkur im Durchschnitt gesehen nicht nur die Erde am nächsten ist, auch allen anderen Planeten des Sonnensystems ist er im Durchschnitt der nächste. Größenvergleich Sonnensystem. Cooles Video. Draufklicken, anschauen und Astrocomics TV abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.